Hey Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge und heute werden wir mal auf den neuen D.O.S. Season 2 Chapter 2 Hotel Update Teaser Trailer reagieren und noch auf zwei weitere Sachen. Ja Leute, D.O.S. wird bald updaten, Ende Dezember oder Anfang Januar. Hier haben wir jetzt den Teaser Trailer davon und wir werden uns den gemeinsam heute in diesem Video anschauen. Das heißt, lassen wir gerne einen Daumen da und abonniere den Kanal und aktiviert den Daumen, um keine weiteren coolen Roblox zu diesem Video zu passen, wenn D.O.S. Season 2 Chapter 2 Hotel rauskommt, werden wir das Ganze natürlich auch öfters zocken, eventuell auch mal Livestream. Ich bin sehr gespannt, das heißt, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und ja Leute, springen wir mal rein. Das ist der Teaser Trailer, den gucken wir uns gleich an. Davor schauen wir uns hier diesen Sneak Peek an und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. So Leute, hier haben wir erstmal den ersten Sneak Peek für das neue D.O.S. Update. Ja, D.O.S. ist ein richtig, richtig cooles Roblox-Spiel, Leute. Ich muss schon sagen, gefällt mir sehr. Eins der bestgemachtesten Spiele und ich liebe es auch. Oh, die... Äh, warte mal. Warte mal. Ja, die Lampe ist der Platz und hier rechts haben wir sehr wahrscheinlich ein neues Monster. Ich kenn das sogar irgendwoher. Ich hab das schon mal gesehen. Zwar nicht offiziell in D.O.S., aber eventuell wird das ja jetzt in D.O.S. reinkommen. Das wäre mega cool, Leute. Und die Lampe ist einfach der Platz. Eventuell ist das ein neues Anzeichen dafür, dass zum Beispiel er kommt oder so. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich bin kein D.O.S.-Profi, allerdings finde ich D.O.S. richtig cool. Und ich mag es sehr gerne zu spielen, vor allem mit euch. Und yo. Warte mal eine Sekunde. Raum 12 und Raum 13 direkt nebeneinander? Hier stimmt doch was nicht. Hä? Ja, Leute. So viel auf jeden Fall dazu. Jetzt schauen wir uns aber den richtigen Teaser-Trailer an, wo wirklich noch mehr neue Sachen gezeigt werden. Es ist ja das Hotel-Update. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt quasi... Wir sind ja mit diesem Fahrstuhl am Ende von D.O.S. runtergefahren und sind jetzt sehr wahrscheinlich im Hotel gelandet. The. Leute, die. Die. Oh mein Gott. Okay, okay, warte mal. Das ist direkt schon spannend, Leute. Das ist direkt schon spannend. Ich habe dir noch nicht angeguckt, den Trailer. Ich habe nur eben hier bis hin geskippt. Also ich habe hier durchgeskippt und habe eine coole Stelle gefunden. Das sieht so aus wie so ein Krankenzimmer. Ihr seht ja dieses... Oh, ihr seht ja dieses... The. Okay, Leute. The. Also die. Dann sehen wir hier dieses Plus. Das sieht aus wie so ein Krankenzimmer. Ja, doch, das ist ein Krankenzimmer. Und hier, okay. Und man braucht einen speziellen Schlüssel, um dieses Schloss hier zu öffnen. Und man sieht den Schlüssel in seiner Hand. Okay, sehr cool. Die Regeln. The Rules. Oh, Leute. Eine neue... Ein neues Lichtmittel. Wir haben hier eine Taschenlampe und ein Feuerzeug. Jetzt haben wir anscheinend auch so eine Kerze. Und ja, eine... The Rules have... The Rules have changed. Boom, Leute. Boom, Leute. Das Kreuz wird zusammengefügt und... Yo! Yo! Oh mein Gott. Dezember 2022. Das Hotel-Update. The Rules have changed. Habt ihr das gerade gesehen hier? Oh mein Gott. Man kann anscheinend dieses Ding hier finden oder so. Und kann damit einfach Rush stoppen. Guckt, seht euch das an. Man kann einfach Rush stoppen. Und vielleicht noch andere Monster. Das wäre ja mal mega cool. Yo! Und der Trailer ist richtig gut gemacht. Die Musik ist ein absoluter Banger. Und das alles hier... Ich finde das Doors-Logo auch mega cool mit diesen zwei Türen hier. Und allgemein... Das hier sah ja mal absolut krass aus hier, Leute. Yo! Aber wer ist er denn? Einfach Rush gestoppt. Mega krass. Ich freue mich extrem auf das Update. Äh, eine Milliarden Visits hat das Spiel auch. Ich bin sehr gespannt auf das Update, Leute. Ich bin sehr gespannt auf das Update. Also wir haben einige neue Sachen. Wir werden wahrscheinlich sehr viele neue Monster auch bekommen. Und man kann anscheinend jetzt auch, Leute... Die Regeln haben sich geändert. Man kann jetzt gegen die Monster mehr oder weniger kämpfen. Man kann diese jetzt auffalten. Ich denke, das heißt es. Aber wir werden es sehen, Leute. Hier haben wir außerdem noch ein paar neue Räume gesehen. Hier sehen wir einen neuen Raum. Der ist auf jeden Fall ziemlich groß. Sieht cool aus. Und, ähm... Ja, der Raum, der ist so ein normaler Raum. Den kennt man ja. Oder vielleicht ist der auch neu. I've changed. Oh mein Gott, Leute. Das hier ist auch cool mit der neuen Tür quasi. Ist hier noch eine andere Tür? Warte mal. Hier ist noch eine andere Tür. Kann man die... Okay, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, jetzt habe ich wieder 10 Sekunden zurückgespult. Hier ist eine Tür. Man sieht, die ist beschriftet. Das heißt, hier geht es normalerweise weiter. Aber man kann auch stattdessen hier reingehen. Okay. Hm. Also die Tür ist beschriftet. Hier sollte man normalerweise lagen. Aber wenn man diesen Schlüssel hat, kann man diese Tür... Was genau das jetzt heißt, weiß ich nicht. Aber das ist einfach wirklich cool. Hier haben wir noch halt so eine... So eine... So ein Licht. Und da gibt es anscheinend zwei unterschiedliche Arten von Licht. Wie wir sehen. Hier haben wir einmal das normale Kerzenlicht. Und dann haben wir so ein blaues Licht. Vielleicht vertreibt das auch irgendwie Geister oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir werden das ja herausfinden, Leute. Das ist auf jeden Fall krass. Okay. Also, Leute. Da muss ich schon sagen, Hut ab. Richtig cooler Trailer. So, Leute. Nachdem ich das Video aufgenommen habe, habe ich hier das ja noch auf Twitter entdeckt. Das wurde neu gepostet. Noch ein Leak zum DOS-Update. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir haben auf jeden Fall einen Raum mit einer Uhr rechts. Man sieht die Uhr. Und auf die Uhr wird gesoomt. Und, Leute. Es ist jeden Moment... Mitternacht. Es ist Mitternacht. Mitternacht. Das ist quasi der neue Leak. Ein Monster, was man dazu zu tun hat. Oder selbstverständlich beides. Beides wäre cool, Leute. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und weiter geht's. mit der Folge. Falls es euch gefallen hat, ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben da. Falls es euch aufs DOS-Update freust, lasst euch auf jeden Fall gerne auch einen Daumen nach oben da. Und abonniere den Kanal. Und aktiviert den Daumen auf keinen weiteren coolen Roblox. Wenn ihr so mehr zu passen, falls du mir jetzt Robux oder Roblox. Oder in Kaufmann. Das ist ja gerne mit Starcode Jojo. Und dann würde ich sagen, haut hier rein. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.